Bundesliga, 29. Spieltag, mit unseren Tipps und dem Experten live aus Malle. Wir sind ja am Ballermann 9. Ballermann 6 ist schon ziemlich weit weg zu Fuß, vor allem. Was ich gestehen muss, wir haben uns nicht so richtig informiert, wie das Wetter ist. Das heißt, wir haben, ich will jetzt nicht sagen Sommerkleidung dabei, aber wir haben auf jeden Fall nicht mal eine Jacke. Und es waren die Tage immer so 10, 12 Grad mit Regen. Da gehst du halt dann nicht mehr aus dem Hotel raus. Hilft nichts. Die Augsburger haben das Nachholspiel gegen Mainz mit 2 zu 1 gewonnen. Big Points im Abstiegskampf. Und da stecken auch die Stuttgarter drin, die jetzt Dortmund empfangen. Und der BVB, da möchte man ja anonym bleiben als Dortmund-Fan in der Zeit nach der 1 zu 4 Schlappe gegen Leipzig. Eigentlich die bestmögliche Situation für den VfB jetzt gegen Dortmund zu punkten. Aber dass die zweimal in Folge jetzt verlieren, das glaubt ja auch keiner. Nein, und man erinnert sich aber trotzdem bei Stuttgarter noch an diesen fulminanten Sieg aus der Vorsaison. Aber ja, Dortmund, Mats Hummels hat nach dem Spiel ja gesagt, sie waren gar nicht so sehr unterlegen den Leipzigern. Man kann jetzt nicht davon sprechen, dass sie deklassiert worden sind. Die Fans sehen das ein bisschen anders. Viele Rose-Rausrufe gibt es. Hickhack um Haaland. Also es passt derzeit nicht viel bei Dortmund, weswegen ich hier auch nicht auf den BVB setzen würde. Ja, vor allem, weil es bei den Stuttgarter einigermaßen läuft. Das 1 zu 1 gegen Bielefeld ist ja auch fast ein bisschen Understatement, weil sie da viele Torschüsse und Chancen hatten und das Spiel haushoch gewinnen hätten können, aber am Ende nicht getan haben, ist ja dann so eine Sache. Also ich glaube trotzdem, sie werden zu Hause gegen Dortmund nichts reißen. Aber die Dortmunder Quote ist mir zu schlecht. Unentschieden ist mir hier auch irgendwie zu lahm. Und alles andere ebenfalls. Deswegen no bet! Bayern München gegen Augsburg haben ja zwei Mannschaften, die am Mittwoch rammen mussten und beide mit unterschiedlichen Ausgängen. Während die Bayern in der Champions League auswärts in Spanien verloren haben, 1 zu 0, haben die Augsburger ein wichtiges Spiel gegen Mainz gewonnen. Aber das macht die Augsburger jetzt auch nicht stärker. Andererseits haben sie das Hinspiel gewonnen. Ja, und Bayern musste auch sagen, mit der Niederlage gegen Villarreal. Und dann gibt es vielleicht noch die Niederlage und nachträglich gegen Freiburg. Auch ruppige Wochen, auch wenn sie der Liga natürlich weit weg sind. Ich glaube aber, Augsburg wird es jetzt zu spüren bekommen, dass Bayern verloren hat in der Champions League. Ich glaube, der Nagelsmann will jetzt 100 Prozent Einsatz sehen. Und auch wenn es bei Augsburg läuft, würde ich hier tatsächlich auf Asian Handicap Bayern München... Asian Handicap auf Bayern ist tendenziell keine schlechte Option. Aber da hast du hier eine Minus 2,5. Das ist natürlich drin, wenn man die letzten Spiele gegen Freiburg, wo wir auch das Asian Handicap richtig haben, gesehen hat. Mit vier Toren und drei Toren Unterschied. Aber es ist halt eine Scheißquote für ein sehr hohes Handicap. Das ist natürlich nichts, wo man sein Geld draufsetzen würde. Beide treffen 1,95. Die Augsburger sind ja anscheinend wirklich wieder da. Und treffen auch vor allem fast regelmäßig, auch gegen Bayern. Kann man spielen bei der Quote, weil es halt ein Coin-Flip ist eigentlich. Aber ich glaube wirklich, das Spiel geht 4-0 aus. Also der Nagelsmann hat angefressen, zu Recht auch, nach der Niederlage jetzt. Und ich glaube, dass der seine Mannschaft da so einstellt, dass die Spuren werden. Köln gegen Mainz. Ja, da haben wir die Mainzer angesprochen. Wenn dieses Nachholspiel nicht gewesen wäre, hätte ich Mainz sogar hier ein bisschen Chancen eingerechnet. So finde ich es aber wiederum interessant, Value auf die Heimmannschaft zu gehen. Und ich sage dir auch, warum. Denn die Kölner haben zwar den letzten Spieltag nicht gewonnen, aber sind eine sehr starke Heimmannschaft. Und das nämlich hier, während die Mainzer auswärts bisher wenig gerissen haben, jetzt auch sogar in Augsburg verloren haben. Doppelbelastung mit dem Spiel jetzt. Also Asian Handicap 0 auf die Kölner mit 1,75. Eine richtige Drecksquote leider, aber eine gute Wette. Finde ich auch. Vor allem, was gegen Köln ein bisschen sprechen könnte, ist die Corona-Sorgen oder die Ausfälle von bis zu sechs Spielern, was ich gerade gelesen habe. Aber ich glaube, auch Mainz auswärts kannst du vergessen. Und Köln sollte das nicht verlieren. Deshalb finde ich diese Wette sehr gut. Und du sicherst ja das potenzielle Unentschieden mit der Asian Handicap 0 ab. Unentschieden. 3,46. Natürlich auch hier eine absolute Option bei zwei Mannschaften, wo du einfach eine Münze schmeißen kannst. Reuter Fürth gegen Gladbach. Die Gladbacher natürlich hier Favorit. Aber immer, wenn man da denkt, ja gut, man muss ja fast gegen Fürth wetten bei so einer Quote. Aber die Quote ist nicht mal besonders gut. Erstens das. Und zweitens, Fürth ist halt einfach zu Hause so gut wie unbesiegbar. Außer es kommt halt Leipzig. Und von einem Leipzig ist ja Gladbach im Moment meilenweit entfernt. Ja, und man muss auch sagen, in der Rückrunde hat Fürth wirklich einige Punkte geholt. Natürlich auch Siege, Unentschieden. Und schade für die Liga, die ja wirklich im Abstiegskampf sehr, sehr eng beisammen ist. Das wird nicht auch in der Hinserie so viele Spiele punkten können, weil dann hätten wir das Ganze noch enger. Ich glaube auch hier in dem Fall sollte man nicht auf Fürth wetten, aber auch nicht auf Gladbach. Deshalb, du hast gerade was davon gesagt, Sack draufschlagen und zum nächsten Spiel. Ja, eines sind noch interessanter Facts. Fürth hat in der Heimtabelle nur 24 Tore kassiert, während Gladbach auswärts 30 Tore kassiert hat. Also da sind die gar nicht weit auseinander, weil die Gladbacher extrem das heimische Umfeld brauchen, um es sehr optimistisch formuliert auszudrücken. Wolfsburg zu Hause gegen Bielefeld. Die Wölfe haben ja ein, ja, was soll man sagen, wieder mal drei sehr schlechte Spiele hintereinander hingelegt. Und dann kommt eine Mannschaft wie Bielefeld, die ebenfalls Pech an den Füßen hat. Aber man neigt doch schon dazu, dass die Wölfe so ein Spiel gewinnen müssen. Jetzt sind sie echt auf Platz 14. Geht es denn noch weiter runter normal nicht? Aber das Gleiche haben wir schon gegen Augsburg gedacht. Und es wirkt so, als bräuchte Wolfsburg immer irgend so äußere Einflüsse. Trainerwechsel, Max Kruse ist Starspieler, der vielleicht kommt und dann gibt es zwei, drei Spiele Punkte und dann wieder nicht. Also die können, glaube ich, die Saisonpause gar nicht früh genug herbeisehnen, um sich dann neu aufzustellen. Bielefeld muss punkten und ich traue denen auch wirklich mit ihrer Leidenschaft hier in Unentschieden zu. Also wir erinnern uns, glaube ich, an die Hinrunde. Das war ja, da haben sie sogar 2-0 geführt. Und dann hat der Kohfeldt seine, noch mit B-Korras noch den Ausgleich geschossen. Also ich glaube, hier ist ein Unentschieden drin. Vor allem bei der Quote könnte man das mal machen gegen Wolfsburg setzen, nachdem wir zu oft auf sie gegangen sind. Ja, das stimmt. Die Quote gäbe das her, man könnte es machen, aber Geld setzen auf sowas. Ich meine, es ist ja immer noch Inflation und deswegen muss man aber nicht unbedingt mit seinen Tipps und seinem Geld inflationär umgehen. Und Hertha gegen Union, ein geiles Derby. Jetzt wieder mit Felix Magath hat das natürlich eine ganz andere Wirkung. Erstes Spiel unter Magath haben sie gewonnen gegen Hoffenheim zu Hause. Dann immerhin in Leverkusen nicht aufgegeben, nachdem sie schon schnell 2-0 hinten waren. Da hätten die auch auseinanderfallen können, aber sie haben noch einen Anschlusstreffer geschossen und waren gar nicht so verkehrt. Und dann haben sie natürlich auch noch die Unioner jetzt zu Gast, die auch in letzter Zeit, vor allem auch auswärts, nicht so sattelfest waren und sogar gegen Wolfsburg verloren haben. Also vieles spricht da sogar für die Hertha in meinen Augen. Ich finde es echt cool, wenn du hinter einem Trainer stehst, wie Felix Magath, dann redest du jetzt auch schon die Niederlagen schön und wie toll das ist, dass die Berliner sich nicht aufgegeben haben. Das ist ja Wahnsinn im Abstiegskampf. Sie sind aber immer noch mittendrin und sollten hier punkten. Ich glaube tatsächlich, dass die Hertha auch hier gewinnt. Und direkter Sieg auf Hertha ist natürlich mutig bei einer Quote von 2,87. Wollen wir nicht das Asian Handicap 0 mit 1,94, weil das Derby hat ja natürlich seine eigenen Gesetze. Dann haben wir hier doch eine schöne Wette. Dann Bochum gegen Leverkusen. Die gerade angesprochenen Leverkusen haben wir ja 2-1 gegen Hertha gewonnen. Aber auch der VfL mit einer starken Leistung, die man ihm zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt so zugetraut hätte. In Hoffenheim mit 2-1 zu gewinnen. Hut ab, freut uns wieder mal sehr. Asano, super mit Doppelpack, hätte sogar ein drittes noch geschossen, das dann nicht gezählt hat. Und jetzt spielen sie zu Hause gegen Leverkusen. Geht da was? Also chancenlos sind sie definitiv nicht, weil sie ja auch schon die Bayern zu Hause weggeschickt haben. Das ist ja auch eine Quotenfrage, Radek. Auch mit den Asian Handicaps, wenn wir da mal schauen. Auf jeden Fall, egal wie das Spiel ausgeht, wenn Bochum drin bleibt und danach sieht es ja wirklich aus in der Liga, dann sollten die den Trainer des Jahres stellen, die Mannschaft des Jahres. Ja, das übertreibt man nicht. Most improved, was weiß ich, was es für Rewards gibt. Aber noch ist die Saison nicht vorbei und Leverkusen ist ein undankbarer Gegner. Ich erwarte hier viele Tore. Da hat einer mal wieder unser Orzpedia-Video auf Englisch gesehen, denn genau over three goals war da meine Wette auf Bochum versus Leverkusen. Frankfurt gegen Freiburg. Ja, da haben die Frankfurter ja wirklich ein geiles Spiel gegen Barcelona, wobei das ja auch nicht mehr so Glanz und Gloria verheißt wie noch vor Jahren. Aber immerhin mal ein richtig krasses Europacup-Spiel, wo die Frankfurter natürlich ihre Gedanken haben. Und dann geht es in der Liga gegen Freiburg. Lass die mal gegen Barcelona gewinnen. Dann ist da gegen Freiburg wahrscheinlich ein bisschen lockeres Spiel angesagt. Und außerdem haben sie in der Liga zuletzt ja auch zwei unentschiedene Folgen gehabt. Also so 100 pro bin ich von den Frankfurtern nicht überzeugt. Aber von Freiburg, trotz der Niederlage gegen die Bayern, kann man natürlich auch schwärmen. Wenn du die Bochumer schon so hypst, dann kann man das gleiche auch mit Freiburg tun. Deswegen sehe ich die definitiv hier nicht chancenlos. Asian Handicap plus 0,25 auf Freiburg. Würde ich auch in diesem Fall machen. Vor allem die Ambitionen sind ja offensichtlich, dass sie ins internationale Geschäft wollen. Sonst hätten sie ja mit Sicherheit nicht den Protest gegen den Wechselfehler der Bayern eingelegt. Das ist interessant und dementsprechend glaube ich auch, dass sie die Chance nutzen werden, dass die Doppelbelastung, auch vor allem die mentale bei Frankfurt, dazu führen wird, dass die nicht bei 100 Prozent dabei sind, sondern vielleicht 80, 90 Prozent, je nach Kraft halt. Und deshalb könnte und sollte Freiburg hier definitiv punkten. Dann auf geht's, Streich-Jungs. Und Leipzig gegen Hoffenheim dann das letzte Spiel an diesem Spieltag. So diese beiden unbeliebtesten Vereine Deutschlands im Duell. Da trifft dann das mit in den Sackstecken und Draufhauen wahrscheinlich noch besser zu. Im negativen Sinne. Und die Leipziger sind ja voll Gas on fire und mit einer Quote von 1,55 aber ein bisschen zu krass Favorit, denn Hoffenheim ist einfach untippbar in dieser Saison. Wenn man denkt, sie sind gerade im Lauf, verlieren sie gegen Teams wie Hertha. Wenn man denkt, sie sind gerade kacke, dann hauen sie wieder einen raus. Also eher fast schon auf Hoffenheim spekulieren, aber wir spekulieren nicht, deswegen gibt es hier dazu keine Wette. Über Tore auch nicht. Beide Treffen wäre eine Option, aber auch hier ist die Quote nicht gerade so, dass man unbedingt ein feuchtes Höschen bekäme. Das ist doch ein schöner Abschluss. Wenn du jetzt nochmal unsere Ideen für den Spieltag zusammenfassen könntest, dann würde ich wieder ein Trinken gehen. Recht gerne. Und zwar haben wir doch dann ein paar ganz interessante Dinge gefunden. Köln, Asian Handicap 0 zu Hause gegen die Mainzer mit 1,75. Bayern, Augsburg, da treffen natürlich beide und das gibt eine saftige 1,9,5. Hertha, Asian Handicap 0 zu Hause mit 1,95 um den Dreh auch. Leverkusen, da fallen über drei Tore natürlich gegen die Bochumer und das gibt eine Zweierquote. Und Freiburg, Asian Handicap plus 0,25. Bedeutet, wenn es unentschieden ausgeht, gewinnt man die Hälfte. Die Quote dafür ist 1,84. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Urlaub noch. Komm gut nach Hause und dann bis zum nächsten Mal. Jetzt gehen wir erstmal saffern, oder? Freilich!